Jetzt habe ich die Folge nicht benannt. Scheiße, egal. Hallo und herzlich willkommen zu... Katastrophe. Ich muss mir das nochmal genau... Da kann ich was machen. Guckt mal. Das habe ich ja... Ah! Aha! Wir haben einen Dietrich. Wir haben einen Dietrich. Tatsächlich. Und wir haben nur acht Inventarplätze. Naja gut, wir haben die Kisten. Die Kisten sollen spielübergreifend zur Verfügung stehen. Ich glaube, der Papa ist weg. Der Daddy. Wir schauen uns jetzt hier nochmal in Ruhe um. Ist die Oma denn noch da? Wer poltert denn hier noch? Mitwehr. Ja. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig. Zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein. Nein. Okay. Uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermischte Personen erreicht. So, so. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt es Irre, die mich umlegen wollen. Verdammt. Tja, na gut. Ich sage Ihnen folgendes. Sie scheinen Sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben. Okay? Machen Sie Witze? Ach, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermissgerechnet. Und Sie sind nicht ausgesteckt, sondern ausgestehender wie Sie sind. Daran beteiligt sich. Okay. Ich sage Ihnen, was Sie wollen. Hopp. Das geht schon besser. Gut. Treppen Sie uns in der Garage. Dort reden. Okay, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Ja, vor dem Salsantfall. Schauen Sie. Officer. Deppchen. Genau. Deppchen. Wollen Sie meinen Namen in den Fotosanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein, um mein Leben zu retten? Verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie. Mehr kriegen Sie. Los, jetzt. Garage. Sofort. Naja, du mich auch. Was soll ich mit einem Messer? Danke für nichts. Haben wir das jetzt auf dem Waffenslot? Ich habe mal eine Idee. Wir gehen jetzt hier mal hin. Seht euch vor! Ich habe ein Messer! Wieder. Ich kann das doch zerschneiden! Scheiße. Ich kann das nicht zerschneiden. Ich kann es doch zerschneiden. Aber wir gehen noch nicht raus, ne? Jetzt wird hier erst noch in Ruhe geguckt. Der, die ist weg. Vielleicht ist er kacken oder so. Nein, hier kann ich nichts machen. Gut. Er hat Oma mitgenommen. Jesus, eigenartiges Essen. Adieu, 4K! Die ersten Folgen liefen ja, wie gesagt, wirklich gut. Wir gehen gleich nochmal in diesen Waschraum. Oder was ist das da, wo die Waschmaschinen waren? Ja, es gibt hier aber... Was ist das hier? Ist hier und dort und überall. Also sollen wir die Dinger kaputt machen. Wir wissen noch, wo einer ist. Was ist das? Aha. Ach, den kennen wir. Ja. Diese Lex-Nerven, ne? Mann, 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 Mann. Da habe ich schon gedacht, naja... Wir speichern. So. Und nun? Habe ich hier unten? Mach mich nicht verrückt. Macht er das Licht alleine an? Nein, ja. Nein, da geht nichts mit. Da geht auch nichts mit. Nochmal da oben gucken. Und hier gucken vor allen Dingen. Schöne Schuhe. So. Nishi. Aber ich kann hier nichts nehmen, ne? Das ist... Ist das Tierfutter? Hm. Ruckel. Hier ist doch eine grüne Pflanze. Die kann ich doch mitnehmen. Garage ja zu diesem Knopf, nehme ich mal an, ne? Aber auch. Aber viel nehme ich jetzt nicht mehr auf. Die meiste Zeit spiele ich hier nur rum. Aber man braucht nur Gegendrücken. Dann steigt er hoch. Wenn es wieder so ein Bosskampf ist. Den ersten hatten wir ja mit... Nehme ich mal an, dass das ein Bosskampf war. Oder den ersten Kampf. Wenn wir so einen Kampf haben und... Wir ruckeln uns hier durch die Gegend. Dann wird's laut. Das verspreche ich euch. Gebe ich dann freie Bahn. Und wie der läuft. Und das... Gestöhne dabei. Aber wenigstens muss ich hier nicht Puppenfinger sammeln. Das ist der Polizist. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hä? Hey, das Torf! 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 Du Scheiße! Wo soll ich denn jetzt hin? Ich sehe keinen Ausweg. Ja, klopp dein Auto kaputt. Wozu Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Ich habe keinen Schlüssel. Und komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Super! Da war was? Halt, einfach, Maul! Ich sage doch gar nichts! Ah! Hehehe! Wie viel? Ah? Ich habe dich gewarnt. Ich weiß. Entschuldigung. Das war auch kein... Bleib doch mal stehen. Ja! Ja, ja. Oh! Höchst, 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 höchst. Ah! Oh, scheiße! So! Ich habe einen Schlüssel. Höhe, höhe, höhe. Schlüssel. Scheiße, Karre. Was dagegen, wenn ich doch unterdrehe? Okay, zeig's mir! So lange, bis er nicht mehr aufsteht. Ist das jetzt Ruhe? Oh! Oh, Mist! Ich gebe, äh... Beenden wir das, du und ich! Wie denn? Oh, ja! Wollen wir eine Spritztruhe machen? Ja! Ja! Nein, nein, nein! Scheiße! Scheiße! Äh... Und jetzt? Bin ich jetzt tot? Äh... Ist mir nichts passiert? Ich meine, ihr findet das ja schon seltsam mit der Pfote. Hat der noch irgendwas? Jetzt steht er wieder auf! Kann ich denn irgendwo hin? Oh, Junge! Schau, was du angestellt hast! Scheiß, Kerl! Ah! Das ist nicht vorbei, weißt du! Ah! 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 Wem liege ich denn jetzt? Ah! Ja, komm! Hoch! Junge! Papa ist weg. Papa liegt wieder. Wo kann ich denn raus hier? Ist hier irgendwo ein Knopf? Ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Ich will hier raus. Tja. Oh, jetzt mal durchatmen. Ah, hier ist eine Leiter. Warum kann ich denn hier nicht hochklettern? Ah! Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge. Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Oh! Ah! Scheiße! Ah! Ah! taucht wieder auf. Ja. Gut drauf, die Leute hier. Ja, wir gehen nicht. Was ist das? Ich habe eine Mutter gekriegt, oder was? Ich kann die in Ochsen mitnehmen. Aha. Wir gucken mal, was haben wir. Wie geht's mir? Ich kann das gar nicht sehen. Was soll denn da? So. Nochmal in Ruhe. Der liegt da unten, ne? So kommen wir aber nicht aus dem Haus raus. Wo ich wenigstens speichern kann. Das wäre mir jetzt echt... Und sie kriegen es einfach nicht auf die Reihe, was sie für die Konsolen gemacht haben, auch vernünftig für den PC zu machen. Ja. Wir wollen speichern. Wir haben Dietrich. Wir haben Dietrich. War hier irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Da hatte ich ja einen Schlüssel für. War hier noch irgendwo was zu? Na, das kennen wir. Hier mit der... Irgendwas. Zu verwenden, verwendendes Objekt. Da brauche ich irgendwie sowas. Wo kriege ich das her? Die Garage. Nicht mehr freiwillig rein. Oh. Guckelzuckel. Wir gehen mal nach da hinten. Da hebt er dem Polizisten glatt den halben Kopf ab. Arme Schweine. Weil ich die Figur da habe, die ich dafür brauche. Und da ruckelt... Und da ruckelt... Geht das schon wieder los? Ich habe mich doch bloß umgedreht. Ach. Ich will da gar nicht rein. Puh. Leck mich doch einmal kreuzweise. Shoot me. Shoot me. Shoot me. Hört das jetzt mal auf hier. Hast du jetzt endlich mal alles nachgeladen? Schießpulver. Objekte im Inventar kombinieren. Tja. Sieh, tipp... Äh, ein bisschen fummelig. Äh, achso, ich bin ja hier. Wegwerfen. Kombinieren mit... Damit? Ich glaube, ich habe Munition hergest... Was ist das? Ach, ich mache es wieder zu. Toll. Gemünze. Okay. Wir gehen nachher nochmal in den Waschraum. Ja, ich... Ja, ich... Das war er mal. Es tut mir leid, aber... Aber er ist jetzt tot. Du bekommst es vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Böses Spiel. In zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst. 2016. 19. Januar. Daher. Hier nicht so viel zu machen, weil ich Angst habe. Chips. Ja, nein, Chips. Das kann ich nehmen. Hier geht es die Treppe hoch. Vorsichtig. Ah, jetzt ist jetzt die Tür zu. Gott sei Dank. Ja, es läuft wieder unten. Die Tür ist auch nur eine einfache Festplatte verbaut. Anderes. Ich speichere mal. Ich will noch was probieren vorher. Ja. Na, hier ist wieder die Musik. Was passiert, wenn wir vielleicht doch mal irgendwann in diesen Raum reinkommen? Das Lecken wird auch immer schlimmer. Ich spiele ja noch gar nicht lange. Na gut. Uhrpendel. Ich habe Lärm gemacht. Wir haben ein Uhrpendel. Und ich kann da auch noch die olle Münze verstecken. Die ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das ist ja... Dann haben wir einen Inventarplatz frei. Und das andere behalte ich erstmal alles. Würde ich sagen. Was ist denn eine Versorgungskiste? Was dir nützlich ist. Das hier nützlich sein wird. Aber ich kann hier nichts mit machen. Ich kann sie nur zurücklegen. Verstehe ich nicht. Na, vielleicht klärt sich das noch auf. So, dann... Wir haben noch Schrotpatron... Schrotpatron... Warte mal, die könnte ich dann weglegen. Erstmal... Wenn ich sie nicht brauche, ne? Das sind Schrotpatronen hier, ne? Flintmunition. Jede Kugel ist randvoll mit Schrot gefüllt. 24. Ja. Aber die Munition soll sehr knapp sein. Schon im Hauptspiel. Die miefen wir immer noch. Ich beruh... Wir speichern jetzt nochmal. Ich beruhige mich langsam. Ja, ich beende das Drama dann hier auch heute. Für heute, ich... Wie man sich hier behelfen kann. Ich danke... Und... Ja, sagt er mal. Bis morgen. Äh... Tschüss. Falls... Ja, ich bin...